Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir sind hier letztes Mal stehen geblieben bei unserem Sohn. Der hat uns einen Auftrag gegeben und zwar wir sollen einen Sünd wieder zurückholen. Und so, dann wollen wir jetzt Sündeinbehaltung. Triff dich mit dem Runner. Und internes Vergehen machen wir jetzt auch noch. Also gut, dann reißen wir mal. Können wir hier schnell rausreißen? Ich glaube schon. So. Hallo? Na? Ja. Alter. Was für eine geile Schnellreise. So, wir sind hierher teleportiert worden. Und ich sehe nichts. Gut. Äh, Styrschis? Wo ist der? Heini? Das wird immer mehr. Da hinten muss er sein. Oh, wir haben überhaupt keine Gesundheit. Ist ja schlecht. Kurz was trinken. Ist da oder? So. In den Nebel hinein. Da steht er schon. Was gibt's? Hier ist das Holoband, das du mir gegeben hast. Voller Daten des Instituts, hoffe ich. Okay. Ich fange gleich mit der Analyse an. Mal sehen, ob ich daraus schlau werde. Nicht unser Feind. Denk dran. Das Institut ist nicht unser Feind. Ich weiß. Aber es schadet mir, auf alles vorbereitet zu sein. Nur für den Fall, dass sie auf die Idee kommen, dass das Commonwealth nicht groß genug für uns alle ist. Das ganze gute Zeug darauf wird verschlüsselt sein. Also muss ich zuerst versuchen, die Verschlüsselung zu knacken. Danach muss ich schauen, was dabei ist. Ich habe keine Ahnung, was wir alles von ihrem Zentralrechner runtergeholt haben. Ja. Gut. Internes Vergehen. Haben wir abgeschlossen. Ich würde sagen, da reisen wir kurz mal zu unserem Typ. Ja genau. Virgil. Der braucht nämlich das Serum. Sonst bleibt er für immer so ein Super Mutant. Das wäre nicht gut. Oh, das ging sehr schnell. So. Gut. Schön, dass der Transmitter dich nicht komplett verdampft hat. Hm. Was? Der Finger hat funktioniert. Nicht ganz glatt, aber es lief. Sehr gut. Und was ist mit dem Serum? Hast du das Serum gefunden? Ähm. Kann er es nicht finden? Wieso? Wieso sollte ich sagen, dass er es nicht findet? Aber es könnte sein, dass er uns auch nur ausnutzen will. Hm. Ich weiß es nicht. Hey. Ich rede mit dir. Ich kann es nirgendwo finden. Tut mir leid. Was? Ja. Nein, nein. Es muss da sein. Außer Volkert. Verdammt. Der Alter hat meine Arbeit immer gehasst. Wenn er es vernichten ließ, hätte er es nicht mal gewusst. Was soll ich tun? Soll ich etwa so bleiben? Ohohoho. Wird schlimmer. Was? Ja, aber warum machen wir das jetzt eigentlich? Ich verstehe es nicht. Egal. Was ist mit dem Virus? Verschlimmert sich dein Zustand nicht mit der Zeit? Ich. Ich weiß es nicht. Was, wenn du recht hast? Ende ich vielleicht wie diese dummen Bestien? Nein, so könnte ich nicht leben. Alter. Alter. Nein, ich will nicht. Wieso will ich, dass er stirbt? Dann beende es. Solange du noch die Wahl hast. Was? Nein. Nein, nein, nein. Du lügst. Und ich bin fast darauf eingefallen. Verdammt. Was zum? Hilfe? Ciao, Leute. Ich verböse mich. Warte mal kurz. Ähm. Da. Ja. Warum? Warum sollte ich wollen, dass er stirbt? Das wäre doch dumm. Hä? Ich verstehe es nicht. So, sprechen wir nochmal mit dem. Gut. Schön, dass der Transmitter dich nicht komplett verdampft hat. Hm. Hast du das erwartet? Nein. Natürlich nicht. Wahrscheinlicherweise, dass er in die Luft fliegt. Aber das ist er nicht. Du hast es geschafft. Wo ist das Serum? Aber warum sollte ich den jetzt... Hm. Ja. Hier ist es. Das ist es. Das ist es wirklich. In Ordnung. Mal sehen. Mal sehen. Das Retrovirus ist gut gereift. Der dichte Gradient ist hoch. Rekombinante gegen Intron-Sequenzen sehen stabil aus. Aha. Transkriptive Exxon-Stringe haben sich gebildet. Ähm. Das ist gut. Ja. Aber um herauszufinden, ob es funktioniert. Diese Person ist beschäftigt. Nun. Los geht's. Oh Gott. Und jetzt? Warten wir. Mhm. Wie lang wird es dauern? Ich weiß nicht. So etwas wurde noch niemals versucht. Ich werde mich ausruhen. Komm in ein paar Tagen wieder. Vielleicht in einer Woche. Dann werden wir sehen. Auf jeden Fall hast du deinen Teil der Abmachung eingehalten. Danke. Ja bitte, aber... Hm. Ich weiß nicht, ob das hilft. Viel Spaß hier drin. Tschüss. So, und dann gehen wir jetzt zu... Hallo? Ah, gut. Gehen wir gleich zum Runner. Ja, wo ist das? Ähm. Da. Wieso? Habe ich den... Den habe ich noch nicht entdeckt? Hm. Was machen wir da? Da habe ich auch nicht entdeckt. Das ist das Nächste. Okay, dann, ähm... Das kann ich nicht. Oh, Mann. Dieses blöde Tab. Mann, jetzt bin ich doch voller Raid, wenn ich da reingehe. Oder rausgehe, eher gesagt. Schnell. Okay. So. Dann reisen wir zum Flughafen und gehen von dort aus dahin. So, da wären wir jetzt auch am Flughafen. Dogmeet hat was gefunden. Wo? Ja? Wo? Zack. Wo ist es? Hm? Da oben? Ich gebe gern mein Leben, wenn dadurch eine Wiederholung der Apokalypse verhindert wird. Ja, da bist du aber ziemlich dumm. Ähm. Boah. Toll. Toll gemacht. Boah. Dogmeet. Du bist spitze. Zwei in den Kopf. Und tot bleibt der Tropf. Gute Faustregel. Ach du Scheiße. Ich verbirg's mich, Leute, ey. Lass dich von diesen Wissenschaftlern zu keinem Unfug überreden. Das Institution ist eine Motto. Mhm. Genau. Nur ist mein Sohn leider der Leiter dort. Kann ich nix machen dafür. Oder dagegen. Hm. Wie wär's mit dem Raid-X? Hilfsmittel. Da Raid-X und Raid-Away. Und dann noch ein Stim-Pack. So. Wunderbar. Na, nu. Ja, war klar, dass da noch was bleibt. Egal. So, schwimmen wir mal kurz rüber. Und? Was? Was für und? Was? Was ist das? Easy City Downs. Was für ein Rennen. Was für ein Rennen. Ein Rennen? Hol die Bots. Lassen Sie los. Was zum... Lass mich in Ruhe. Hallo? Alter, ist der ungenau. Der Alien-Blaster. Ähm. Hätte im Hintergrund. Nein. Ja, das hier. Wo? Oh Gott. Verpiss dich. Oh Gott. Leute. Was passiert hier? Hier sind zu viele. Von wo kommt denn der Schuss? Oh Gott. Schnell weg. Gott. Geh weg. Boah. Du Scheiße. Verpisst du dich mal? Von wo kommen die denn alle? Sagst du? So. Gotthilfe. Von Molly. Warte mal. Warum drücken wir nicht das hier einfach? So. Okay. Der trifft noch weniger als ich. Alter, wie viele Gegner sind hier, bitteschön. Von wo? Ist so. Oh, Dogmeat. Alter, hier fackelt alles. Hier brennt's. Komm schon, Headshot. Was? Der hat ein Gesicht ins... Gesicht... Ähm. Der hat einen Schuss ins Gesicht ausgeheilt. Hallo? Spring doch hier drüber. Was zum... Wo sind die alle? Wo sind die alle? Ich sehe ihn nicht mal. Hä? Wo sind die Leute? Oh, ich werde jedem ein Geschmack mit dir haben. Wo sollen die... Hä? Wo ist die denn? Ich brauche keine Verschlagung. Alter, wir haben hier ganz schön was weggeschossen. Halt. Wer schießt hier? Ach, da oben. Was? Wo bist du? Ah, da ist einer. Yes. Jetzt ist er weg. Umsoll dich. Arsch. Oh. Da hat jemand was verloren. Alter. Wo ist denn noch einer? Alter, da... Da hat doch jemand geschossen. Von wo? Hä? Aber was haben wir denn jetzt zerstört? Bitteschön. Hier ist irgend so ein Rennen... ...gewesen. Und einfach mal komplett alle gedötet. Auf sich. So. Alter. Explosions. Wo seid ihr denn, Leute? Wahrscheinlich da drinnen. Oh Gott. Nein. Hoho. Oh. Okay. 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 Das sind ja lustige Leute hier drinnen. Ja, wo bist du, Junge? Ich seh dich nicht. Weil ich komm hier nicht hoch. Warte mal. Ah, da bist du. Arschloch. So, jetzt haben wir alle einfach mal getötet. Ist doch nicht schön. Keine Ahnung, ob das jetzt der Sinn war. Oder wo der Sinn war. Oder wo der Sinn war. So. Ich warte es nicht. Ja. Gut. Wo ist Dogmeat? Da ist Dogmeat. So, jetzt hier. An der Küste entlang laufen. Wir müssen doch rüberschwimmen, oder? Ja, hier rüberschwimmen. Dann wahrscheinlich hier rum. Nein. So. Jetzt sieht man was. Wir könnten. Kleidung. Und den Anzug anziehen. Zack. Und jetzt geht's los. Auf zum Schwimmen. Okay. Aber wir müssen da hin. Das sind große Satelliten. Warum sollte ich das Wasser trinken, Junge? Macht doch keinen Sinn. Oh, da läuft. Was läuft denn da rum? Ach du Scheiße. Ah, das sind Leute vom, ähm. Von der Stählern Bruderschaft. Das ist eigentlich gut. Das ist sehr gut eigentlich. Die greifen uns nicht an. Oh. Oh Gott. Alter, der hält nie still. Das ist so nervig. Alter. Was zum... Verpiss dich, Hund. Geh weg. Wer schießt da auf mich? Alter. Viel zu stark. Hilfe. Ich muss weggehen. Ähm. Kleidung. War das Richtige? Nein. Der hier. Was? Das hier und das. So. Stimmt. Oh, wir haben keinen Helm auf. Armee-Helm. Gott. Geh weg. Ach du Scheiße. Nein. Das hier. Ja, komm. Noch einen. Und noch einen. Ich glaube, wir brauchen eine andere Waffe. Ähm. Ja, komm. Alter, wir haben ja richtig viel Munition dafür wieder. Abbrechen. Was zum... Alter, was passiert dir? Warum? Warum ist denn der auf einmal in die Luft gegangen? Du Scheiße. Das ist doch ein Wirti-Wirt. Warum? Okay, schnell weg. Das ist voller Raid. Was zum... Jetzt... Warum lädt das so lange nach? Oh Gott. Hilfe. In die Deko gehen. Hä? Die war sehr ungenau. Was zum... Geh weg. Alter, gib's doch nicht. Hallo, ich zieh genau auf den seinen Kopf. Gib's doch nicht. Weißt du? Geh weg. Ähm... Ähm... Ja, haben wir nichts bekommen. Von wo? Von wo? Ich seh ihn nicht mal. Der liegt doch auf dem... Das gibt's doch nicht. Jetzt schieß doch. Warum hat der nicht nachgeladen? Schon vorher. Wo sind die? Hilfe. Zu viele. Ich seh die einfach nicht. Yes. Komm her, komm her. Von wo? Piss dich. Piss dich. Oh, blödes Ding. Lade nicht da unten nach. Meine Frise dauert das lange. Yes. So, jetzt haben wir alle. Oh. Was gibt's denn hier drinnen? Ach du Scheiße. Rüstung des Ersatzgelehrten. Okay. Ist die besser? Oh. Ganz kurz gucken. Ja. Auf jeden Fall besser. So, ciao. Ganz so liegen bleiben. Ähm. Lol. Was zum... Was ist denn das? Was ist denn das? Hepp. Runtergesprungen. So. Dann suchen wir mal die Sachen hier. Sammeln die mal auf. Oh. Wie ist denn der gestorben? Dann... Auch noches knacken. Zack. Geschafft. Ja, da ist noch... Oh, das ist gut. Ja, das ist sehr schön. Was? Wozu brauche ich einen Löscher? Die haben sich richtig verschanzt hier hinten. Oh. Da geht's nicht weiter. Aber hier. Oh. Zeig mal. Wie gut ist das? Ähm. Ne, ne, ne. Großes Magazin. Oh. Hm. Na gut, wir können's mal ausprobieren. Oh, 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 oh. Alter, Scheiße. Das war knapp. Alter, war das knapp. Oh, oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020